ja moin leute willkommen auf meinem kanal willkommen zu barcarts so bevor das neue video losgeht etwas werbung in eigener sache warum mache ich das wir haben keine großen werbepartner das heißt wir müssen sogar die runden kommen und da helfen uns natürlich die kanalmitglieder also wenn ihr kanalmitglieder werden wollt gibt es verschiedene stufen und natürlich habt ihr dann alle videos werbefrei oder ihr schaut mal bei uns in den shop rein und guckt ob da irgendein hörbuch für euch ist oder das online magazin auf jeden fall wenn ihr da mal zuschlagt würde uns das natürlich auch helfen und zu guter letzt ist natürlich die einfachste unterstützung für uns ein euro über paypal das kommt in die kriegskasse und schon können wir vernünftig weiterarbeiten und alle rechnung bezahlen in diesem sinne vielen dank für eure unterstützung jetzt geht's los mit dem neuen video ja wo leute willkommen auf meinem kanal willkommen zu barcarts so ein neues video für die von euch die das mit den ich sag mal grauen wolfen sehr lieben habe ich mir gedacht ich mache noch mal wieder einen u-boot bericht für euch bericht ist immer relativ denn ich habe von einem zuschauer und leider habe ich die e mail nicht gefunden sonst hätte ich den namen gesagt den tipp gekriegt ich soll mir mal dieses buch kaufen natürlich gehe ich der sache nach kauf dieses buch und habe es mir auch durchgelesen also nicht komplett aber in teilen und zwar ist es ein buch aus der ehemaligen ddr genau das wurde 1988 herausgegeben und zwar aus dem militärverlag der deutschen demokratischen republik so und einige berichte drin und so an zu vor allen dingen ist ein bericht drin über u39 und der u-boot freaks wissen u39 war tatsächlich der erste verlust im zweiten weltkrieg also der erste u-boot verlust im zweiten weltkrieg so habe ich die geschichte überarbeitet und habe gesagt okay passt das alles so nee leider passt es nicht also da hat der autor ein paar fehler gemacht das war nicht schlimm dafür sind wir da und das ende passte nicht so ganz also haben wir das ende rausgesucht haben das entsprechend mit den quellen belegt und damit die geschichte auch vollständig ist also für euch heute u-boot krieg 1939 u39 könnt ihr gerne noch mal googeln und was da passiert ist und das sehr anschaulich geschrieben also der konnte das schon ganz gut und das würde ich einfach mal vortragen ich hoffe das ist interessant für euch und jetzt mein appell wenn ihr tolle bücher zu hause habt mit interessanten geschichten dann sagt mir bescheid menschen dem buch ist was über einen flak kanonier oder über einen u-boot man jagdflieger bomber piloten keine ahnung oder ihr habt ein buch gelesen wo ihr sagt das ist super da könnte man auf jeden fall was draus machen das brauchen wir also wir brauchen infos wo wir solche interessanten geschichten finden und dann werden wir uns schon irgendwie da mit den rechten einig und dann können wir es hier vortragen mit entsprechendem foto mal material unter malen also sagt uns bescheid die e mail adresse kennt ihr ja info at barcrafts.com schickt uns das einfach zu sagt uns bescheid und wir können also weitere gute interessante geschichten prüfen ob das stimmt und dann für euch aufbereiten ja und in diesem sinne würde ich sagen allemand voraus wir gehen auf tiefe u39 kreuzt etwa 110 meilen westlich der hybriden kapitän leutnant glattes der kommandant ist nicht zufrieden wie alle frontfähigen boote ist auch u39 bereits ende august auf fahrt geschickt worden um bei kriegsbeginn blitzartig über die englische schifffahrt herzufallen und durch hohe abschussquoten der britischen admiralität einen schock zu versetzen diese absicht ist glattes wie alle uhrkommandanten verständlich die briten sollen angesichts hoher schiffsverluste aus dem krieg ausscheiden und den deutschen vorerst frei hand lassen nach dem beendeten polnischen feldzug würde man mit den engländern schon unmissverständlich über eine neuordnung der welt sprechen in der oberen führung wie ja sogar in der seekriegsleitung waren die meinung über den besten einsatz der vorhandenen kampfmittel geteilt die mehrheit der einflussreichen seekriegshistoriker bezweifelte die wirksamkeit eines massierten u-booteinsatzes für sie blieb das schlachtschiff nach wie vor das rückgrat der hochseeflotte selbst den kampfwert des flugzeugträgers unterschätzten sie er war für sie nur ein hilfsmittel im seekrieg und zudem ein sorgenkind das ständig von einer eskorte von sicherungsfahrzeugen umgeben sein musste nicht nur in der deutschen seekriegsleitung auch in den admiralstäben anderer länder hielt man aufgrund moderner abwehrmittel den u-booteinsatz großen stils für überholt der führer der u-boote dönitz und jüngere seekriegstheoretiker schworen jedoch auf die u-bootwaffe dönitz war im ersten weltkrieg als wachoffizier auf u-39 gefahren das von kapitänleutnant forstmann geführt wurde der als einer der erfolgreichsten kommandanten der kaiserlichen marine galt sicher haben die erlebnisse auf u-39 den jungen u-bootoffizieren nachhaltig beeinflusst der später als kommandant auf u-o-25 und u-b-68 handelskrieg im mittelmeer und im atlantik führte im oktober 1918 griep dönitz in britische gefangenschaft sie bedeutete für ihn eine kurze unterbrechung seiner laufbahn sofort nach seiner entlassung aus der kriegsgefangenschaft trat er in die reichsmarine ein da dem imperialistischen deutschland aufgrund der bestimmung des versayer vertrages der besitz einer u-bootwaffe untersagt war diente dönitz auf torpedobooten diese waffengattung die durch ihre torpedobewaffnung starke berührungspunkte mit der u-bootwaffe hatte bot günstige möglichkeiten seine kriegserfahrung zu verwerten im jahre 1930 wurde dönitz zur marinestation nordsee versetzt um als admiral stabsoffizier die voraussetzungen für ein höheres kommando zu erwerben nachdem deutschland 1935 die beschränkung des versayer vertrages offiziell aufgehoben und mit dem offenen aufbau einer u-bootflotte begonnen hatte war der kommandant des schulkreuzers emden dönitz der vielversprechendste antwärter für diese aufgabe als im september 1935 der fregattenkapitän zum chef der ersten u-bootflotte ernannt wurde war auch gleichzeitig sein weiterer weg in eine richtung gewiesen worden die ihn bald aus den reihen der stabsoffiziere der kriegsmarine emporheben würde von nun an war seine tätigkeit mit der u-bootwaffe unlösbar verbunden und seine dabei erreichten erfolge förderten seinen aufstieg in der machthierarchie des deutschen imperialismus die öffentlichkeit unbekannt geblieben waren dessen die voraussetzungen auf denen dönitz und sein stab aufbauen konnten zwar hatte der handelskrieg der u-boot im ersten weltkrieg trotz des versenkten handelsschiffs raumes von 12,7 millionen bruttoregistertonnen großbritannien nicht zu zugeständnissen zwingen können dennoch wollten die deutschen auch in zukunft nicht auf ein solches kriegsinstrument verzichten nach dem zweiten weltkrieg werden die verhandlungen gegen die hauptkriegsverbrecher von dem internationalen militärgerichtshof in nürnberg beweisen dass die aufstellung der u-bootflotte von langer hand vorbereitet war als beweisstück der anklage gegen reda wird eine studie des admirals assmann verlesen in der es heißt aber wenngleich und so weiter und so fort auf fast allen gebieten der rüstung bei der marine lange zeit vor dem 16. märz 1935 der versayer vertrag den buchstaben und erst recht dem geiste nach übertreten mindestens eine übertretung vorbereitet worden ist so ist dies doch wohl an keiner stelle einerseits so frühzeitig und andererseits unter so erschwerten umständen geschehen wie beim aufbau einer neuen u-boot waffe der versayer vertrag war nur einige monate in kraft also ab dem ersten januar 1920 als er in diesem punkt bereits übergangen wurde noch im jahr 1920 hatte die germania werft die vulkan werft mit zustimmung der marine leitung die konstruktionsunterlagen der boote u142 und u117 an japan verkauft in japan wurde nach diesen unterlagen unter aufsicht deutscher konstrukteure u-boote gebaut bei deren er probung auch ein früherer u-boot offizier teilnahmen der so seine kriegserfahrung ergänzen konnte etwa zur selben zeit gründeten drei deutsche werften unter dem namen einer deckfirma in den niederlanden ein konstruktionsbüro für u-boote in dem 30 deutsche ingenieure und konstrukteure beschäftigt waren nach den in den niederlanden erarbeiteten pläne wurden mit unterstützung der leitung der reichsmarine 1925 für die türkei ein 250 tonnen boot gebaut etwas später vergab die marine leitung entwicklung und bauaufträge für ein 750 und ein 100 tonnen boot nach finnland die probefahrten dieser beiden u-boote wurden bereits zur praktischen ausbildung von see und ingenieur offizieren der künftigen u-boote genutzt weitere entwicklung und bauaufträge wurden an schwedische und spanische werften vergeben eine besonders große rolle in dieser geheimen aufrüstung spielte spanien zu dessen militärdiktatur primo de rivera die deutschen militaristen besonders enge beziehungen hatten im herbst 1927 beauftragte der chef der marine leitung admiral zenka die marine konstruktionsabteilung in der werft von echavarita in kadis ein u-boot bauen zu lassen dieses boot wurde 1931 fertiggestellt und seine probefahrten fanden ausschließlich unter deutscher leitung und mit deutschem personal statt nach dem sturz von primo de rivera ließ die innenpolitische entwicklung spaniens eine niederlage der reaktion möglich erscheinen und die marine leitung organisierte ein verkauf dieses u-bootes an die türkei die es unter dem namen gyr in ihre kriegsmarine einreihte dieses u-boot das nach den forderungen der marine leitung gebaut worden war war der prototyp des 862 tonnen bootes 1a im jahr 1930 war erneut ein bauauftrag an eine finnische werft vergeben worden dieses 250 tonnen boot wurde das typ boot für alle späteren u-boote u1 bis u24 die in zwei varianten gebaut wurden mit der fertigstellung dieser beiden typboote war das stadium der geheimerprobung abgeschlossen die geheime aufstellung einer u-boot waffe in deutschland konnte beginnen im jahr 1932 begann die reichsmarine mit der illegalen ausbildung von u-boot besatzung nach der errichtung der faschistischen diktatur wurde der aufbau der u-boot waffe beschleunigt vorangetrieben unter strengster geheimhaltung wurden die maschinen apparaturen und zubehör für zwölf der 250 tonnen boote in kiel eingelagert und baukapazität für sechs weitere boote dieses types geschaffen auch die teile für die späteren boote u25 und u26 wurden geheim hergestellt und gelagert sodass sie in neun monaten zusammengebaut werden konnten am 15 juni 1935 drei tage vor dem abschluss des deutsch englischen flotten abkommens das dem faschistischen deutschland auch den aufbau einer u-boot flotte einräumte lief u1 offiziell vom stapel und am 29 juni wurden die ersten zwölf unter see boot in dienst gestellt schon 1937 bestanden neben dem zuerst aufgestellten schulverband drei u-boot flottillen in der kriegsmarine war es bisher nicht üblich gewesen dass flottillen namen trugen bei der aufstellung der u-boot waffe jedoch knüpfte man bewusst an die tradition des ersten weltkrieges an den flottillen wurden die namen von kommandanten verliehen die sich während des ersten weltkrieges im berücksichtslosen und uneingeschränkten u-booteinsatz hervorgetan hatten wedding salzwedel und los wenig später kamen die flottillen emsmann hundius und wegner hinzu die namen waren programm seit dieser zeit hatte die u-boot führung unter leitung von dönitz die besatzung und ihre kommandanten unermüdlich gedrillt in den sieg verheißenden geist der u-boot fahrer des weltkrieges 1914 bis 1918 stets als vorbild hingestellt immer wieder war den besatzung vorgehalten worden dass sie die hoffnung eines künftigen seekrieges wären die hoffnung eines deutschen sieges zu wasser zurück zu 39 kapitän leutnant glattes glaubte an eine kriegsentscheidende wirkung seiner waffe nur er hat bisher lediglich einen dampfer von kaum 5000 bodurikister tonnen nach kurzer warnung entsprechend der prisen ordnung ohne viel fehler lesen versenkt das ergebnis scheint ihm reichlich mager immerhin zeigt der kalender bereits den 14 september ein stattliches motorschiff musste er laufen lassen da es eindeutig als ein französisches ausgemacht worden war ein befehl aber lautete keine französischen schiffe angreifen auch keine kriegsfahrzeuge anfangs konnte er das nicht begreifen man befand sich doch im kriegszustand mit frankreich aber eine kurze funkerläuterung des fdu an alle kommandanten ließ ihn schnell zur einsicht kommen der französischen kriegsmarine sollte der erste schuss überlassen werden ganz klar denkt glattes der franzmann tummelt sich von dem westwall und weiß noch nicht ob angreifen soll oder nicht eigentlich ein komischer krieg aber warum ein zweifronten krieg führen es gilt mit den polen fertig zu werden dann kann man weiter sehen wenn der diensthabende funker den grünen vorhang des kommandanten raumes zur seite schiebt und die funk glatte vorlegt muss ich glattes gehörig zusammennehmen um nicht lautlos zu fluchen ständig melden andere u-boote an den fdu abschüsse sicher der große vielleicht erwartete run der abschuss tonnage ist das alles nicht aber immerhin hätte er gern größeren anteil daran gehabt als bisher wieder sind auf den eisenplatten schritte zu hören der vorhang bauscht sich schon und glattes schielt missmutig auf der koje dahindösend nach ihnen kommt schon wieder der funker nein die schritte stolpern vorbei gleich darauf klappt das shot zum donnerstuhl der toilette wenig minuten später klappern die schritte wieder vorbei und verlieren sich im achterschiff eine wolke kolibri das kölnisch wasser muss dem u-bootfahrer weitgehend das waschwasser ersetzen dringt in den engen kommandantenraum plötzlich ein lauter ruf ein kommandant fahrzeug steuerbaut achter raus von der koje springt glattes in die seestiefel reißt die lange graue leder vom haken stülpt die mütze auf den kopf während er sich durch die zentrale zum turm hinauf drängt zieht er hastig die jacke an gleichzeitig blickt er auf die armbanduhr kurz nach halb acht es muss bald dunkel werden denkt er sein kopf erscheint im turmlug und schon ruft er ungeduldig ein fahrzeug was soll der quatsch ist es ein dampfer oder was die luft ist verhältnismäßig mild eine leichte brise weht von west etwa mit stärke drei der wind schiebt kräuselnde wellen vor sich her die dämmerung hat bereits eingesetzt im osten kann man den horizont kaum erkennen während die kim im westen ein silbrig gleißender strich ist da er kaloi weist der ausguck die richtung sehr komisch etwas lang gestrecktes keine masten nur ein schornstein glattes nimmt das glas vor augen es dauert einige zeit bis er sich an die lichtverhältnisse gewöhnt hat neben dem ausguck einem matrosengefreiten stiert er in die gewiesene richtung einige minuten vergehen die sicht wird zusehends schlechter jetzt hat glattes die genaue peilung tatsächlich sonderbar denkt er sieht aus wie ein tanker meint er schließlich keine aufbauten nur der schornstein genau in der mitte gibt der matrosengefreite zu bedenken angespannt starren alle auch der 1 wo der die wache leitet nach dem merkwürdigen schiff der kommt auf herr kaloi der abstand verringert sich sagt jetzt der gefreite als sei er sich seine sache nicht ganz sicher fügt er noch hinzu ich kann mich auch täuschen er steht genau im dämmerschatten glattes achtet überhaupt nicht auf diese worte unentwegt starrt er die unterarme auf die brückenverschanzung gelegt mit dem glas vor den augen über das wasser dann gibt es keinen zweifel mehr vor ihnen schwimmt ein flugzeugträger glattes lässt das boot zunächst so weit weg tauchen dass nur der turm aus dem wasser wagt hin und wieder gibt es kurskorrekturen der flugzeugträger schiebt sich von achtern mit ziemlicher fahrt heran der gewaltige schiffsleib ist jetzt deutlich zu erkennen was der ausguck für ein schornstein hielt ist der große kommandoturm mit schiffs glattes schätzt die entfernung bei etwa fünfzig hundert zwischen ist es fast dunkel geworden nur im westen blüht noch ein silberner fleck auf dem wasser alarm befiegt glattes das boot taucht völlig weg wenig später wird das zero ausgefahren immer wenn das boot auf tiefe geht werden die gesichter der besatzungsmitglieder ernst das war schon bei den tauchübungen friedenszeiten so das beklemmende gefühl in einer stahlröhre zusammengefärkt zu sein und einige dutzend meter mehr wasser über sich zu wissen prägt sich in den gesichtszügen aus jetzt da sich das boot auf kriegsfahrt befindet scheint dieses wagnis ins überdimensionale gesteigert zu sein niemand kann sagen ob man das tageslicht wieder zu sehen bekommt oder ob nicht eine wasserbombe den daumdicken stahlmantel zerfetzt keiner wird seine gefühle zeigen und jeder kann sie doch von dem anderen gesicht ablesen so wird der umgangston hinter dem sich jeder verbirgt mehr und mehr in rauen metaphern geführt ganz gleich ob es sich um befehle oder unterhaltung handelt ob geflüstert oder gebrüllt wird kommt kommt ihr säcke macht ran kameraden treibt der e-maschinist die maschinengasten beim anlassen der e-maschine an ich scheiß was drauf brubbelt ein maschinengefreiter beim hastigen antieren die kameraden sind vor ibiza gefallen die kameraden sind vor ibiza gefallen war eines der geflügelten worte in der kriegsmarine immer wieder beschworen die vorgesetzten die toten kameraden des panzerschiffes deutschland sie waren vor der spanischen küste durch einen bombentreffer republikanischer flieger ums leben gekommen als sich das panzerschiff an der heimtückischen blockade der sogenannten neutralen mächte gegen das republikanische spanien beteiligte und unmittelbar vor der von franco-putschisten besetzten insel ibiza ankerten die deutschen hatten das als anlass genommen in barbarischer weise die wehrlose stadt almeria zu beschießen ständig hatte damals einen flottenverband der kriegsmarine dem auch u-boote angehörten in spanischen hoheitsgewässern gekreuzt mensch ein flugzeugträger einer der modernsten den die thomas haben jedes wort des kommandanten wird von mund zu mund durchs boot geflüstert die begeisterung der mannschaft soll angeschnachelt werden glattes gibt die schießwerte an kuriert immer wieder der torpede offizier der 1 wo steht am rechengerät noch weiter ran ein paar umdrehungen mehr befiehlt glattes die fahrt wird um einige umdrehungen erhöht ein glück dass der kasten so groß und klarer sternhimmel ist sonst würde ich ihn ja glatt verlieren jawohl der kaloi sagt der torpede offizier seine kehle ist ganz rau auf einmal wir schießen vier ale das gibt die abschuss differenzen an er lieh nach dem abfeuern alles was beine hat nötigenfalls in den buchraum wir gehen sofort auf tiefe jawohl der kaloi roh 1 bis 4 klar kurz darauf kommt die rückmeldung langsam lässt glattes das ziel in den visierfaden einwandern jeder in der zentrale hält den atem an rohr 1 los rohr 2 los so freunde jetzt wo es spannend wird muss ich leider unterbrechen das buch was ich als quelle benutzt habe geht hier in eine völlig falsche richtung hier wird erläutert dass es sich um zwei torpedos handeln sollte die direkt bei ausstoß explodiert sind und das boot beschädigt haben und somit musste das boot aufgegeben werden und die besatzung das boot verlassen das stimmt so nicht so was ist also wirklich passiert die zwei auf den flugzeugträger abgeschossenen torpedos aus einer entfernung von knapp 800 meter detonierten aufgrund eines technischen fehlers wir beziehen uns hier auf die torpedokrise 80 meter vor dem ziel und nicht direkt am u-boot nun hatte so ein flugzeugträger natürlich begleitschutz und es waren drei zerstörer dabei das war einmal die fire drake die fox sound und die forkner die haben das natürlich gesehen das u-boot entdeckt und griffen es mit wasserbomben an so u-39 konnte daraufhin durch die erlittenen beschädigungen nicht mehr auf tiefe gehen hatte schwerer wassereinbrüche und tatsächlich trat auch chlorgas aus musste dann später auftauchen und die 44 mann besatzung mussten das boot verlassen das boot sank natürlich aber die besatzung wurde vollständig gerettet 25 mann wurden auf der fox sound elf auf der forkner und acht wurden auf der fire drake aufgenommen die meiner wurden dann im anschluss nach schottland gebracht das waren also die ersten angehörigen der deutschen kriegsmarine die im zweiten weltkrieg in britische gefangenschaft gerieten und natürlich war u-39 somit auch der erste verlust des krieges ja und nochmal zur ark royal der flugzeugträger wurde dann am 13 november 41 von einem deutschen u-boot torpediert also von u 81 war schwer beschädigt und sank dann also am 14 november 1941 vor gibraltar ja und zum verbleib des kapitänleutnant glattes der war bis 1947 in britischer kriegsgefangenschaft und zwar in camp 17 lodgemore sheffield so und jetzt ganz abschließend noch mal zur erklärung also ich habe aufgrund von einigen hinweisen mir mehrere bücher aus den militär verlagen der deutschen demokratischen republik besorgt und das buch der tod auf allen meeren das habe ich mir mal durchgelesen und da sind einige tatsachenberichte drin die mit vorsicht zu genießen sind das buch erschien 1988 und so wie ich das sehe sind die darstellungen nicht alle hundertprozentig aber wenn man das ein bisschen nachverfolgt dann kann man das auch in die richtige richtung biegen damit sind wir durch mit u 39 ich hoffe das war interessant für die nicht sehbären unter euch danke für aufmerksamkeit bleibt gesund und auf bald bis zum nächsten mal